So, hallo zur nächsten Folge von Disco Elysium. Bei der letzten Aufnahme, für alle die das jetzt auf YouTube gucken, die Info, hat sich das Video aufgehangen irgendwie, die Aufnahme hat sich aufgehangen. Deswegen muss sich das ohne Großverabschiedung jetzt einfach mal beenden. Aber jetzt machen wir weiter. Deswegen kommt jetzt nach der super langen Folge nochmal eine kurze Folge. So, wir sind immer noch im Gespräch mit Borel, dem Kryptozoologen. Und mit dem reden wir jetzt mal noch ein bisschen weiter. Den gefährlichsten Lebenden? Nein. Der Teufels-Elch. Augenblick greift er auch Menschen an. Okay, wie sieht der Teufels-Elch aus? Und woher weiß man dann, ob es ein normaler Elch ist oder ein Teufels-Elch? Ich stehe hundertprozentig hinter dem Teufels-Elch. Ich bin vollkommen überzeugt, dass er existiert. Natürlich. Ich bin vollkommen überzeugt. Die Fähigkeiten gefunden in der Forst sind nur ein Stück von physischen Zeug. Es gibt mehr. Sightings in Vasa, nach vier Jahren zurückgekommen. Aber natürlich, nichts satiates das Skepticism. Ich habe vom größten Kryptiden gehört. Vom Riesen von Nocunua. Haben Sie ihn gesehen? Haben Sie eine Chance zu gehen nach Koh-Konor? Nein. Und ich vermutlich nie will. Die Samoskilt-Desert-Region hat sich in eine kleine Zivil-Wahr für die letzten acht Jahre. Ich glaube, dass dieses mindless barbarismus, vielleicht den elusiven Kreaturen enthalten hat. Sightings von towering Luminosities haben schon sehr rart, während sie immer noch immer wieder sind. Ich habe von Krypto-Bakta-Katlentis gehört. Oh, jeder weiß darüber, dasselbe. Dank an Professor Mijianu war der Geist der Stadt für eine Zeit. Die Nong-Oc. Die Nong-Oc. Die Nong-Oc. ...to run faster than any other avian, perhaps any other animal, who knows. When it's not hunting its prey in its manor, the ock hangs from tree branches, like a bat, waiting to dive on hapless prey below on the jungle floor. Mijanu liked extreme animals, you see. One of the few figures of the academic establishment I respect. Really a shame she disappeared. Oh, decades ago. In the thirties. I didn't know her personally, of course. A chasm of academic pretensions still stood before us. Even though she had unusual courage for someone from the other side. No offense, officer. But I'm not much of a pedagogue. I don't know what I would have done. If Lena hadn't persuaded me to go back to field research, you should ask her, if you want interesting stories. Me? I'm not a people person. Unless you haven't noticed. And I don't make a good lecturer. My strength lies in field work and persistence. Na gut, das waren dann genug Geschichten. Wechseln wir das Thema. By all means. Ist Ihnen an Ihrem Freund Gary irgendwas seltsames aufgefallen? Sind Sie ganz sicher? Well, he's been a little unenthusiastic about the trip. More so than usual. That's understandable. He just wants to get home and warm up. He doesn't want to say it. But this is unusual. Gary's been to the jungle with him. To places way more challenging than the coast. Why so eager to go home? Na gut, ich mach mich auf den Weg. Äh, worum geht's hier in Leben? Just a hunch. The hunch passes, leaving you there. By the old boy bobbing in the water. Time to go. Uh-huh, okay. Uh-huh, okay. Eine Brille. Was haben wir denn da? Eine übergroße Superstar-Brille. Visuelles Kalkül minus eins, aber Gewandteil plus eins. Okay, es wird Zeit, dass wir uns wie ein schriller Superstar anziehen, finde ich. Ja, das ist schon ziemlich gut, oder? Ich glaube, so lassen wir es mal. Okay. Schauen wir uns mal um. Bleiben wir nach der Falle. Sie sind in der Falle. Entschuldigt, aber nicht gegessen. Sie sehen keine Carnivores-Reed-Phasmid-Gurjin auf sie. Eine große Überraschung. Insofern. Einer nach. Drei zu gehen. Nein, Sie waren nicht. Okay, dann halt nicht. Nein, Sie waren nicht. Kim, noch mehr Einschusslöcher. Hier ist auf jeden Fall was passiert. Warum nicht? Ich meine, ich habe zwar gerade eben mich umgezogen, aber wir brauchen visuelles Kalkül. Hilft nix. Ein bisschen. bisschen mehr visuelles Kalkül haben wir da doch. Na, macht was aus. Ne, Mist. Ich bin dumm. Wenden wir uns ab. Unsere Psyche ist ganz schön am Ende irgendwie aktuell. Kommen wir da nicht rüber? Doch, ich denke nur, okay. Abflaschen. Kleingeld. Was war denn das? Kleidung. Was ist denn das? Eine Mütze? Eine Mütze? Woa. Stylish. Glaube ich. Na gut, ich schätze, hier kommen wir nicht weiter, oder? Ach, hier geht's auch nicht weiter. Na gut. Das ist der Trap, Morrell just sent. Schauen wir uns um. Greifen wir nach der Falle. Greifen wir nach der Falle. ist auch full of panicked Locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Wir dürfen nicht aufgeben. Bei der nächsten Falle haben wir bestimmt Glück. Yep. The next one has a crab trapped in it. These are just crab traps. Ich hoffe, du weißt, du weißt das. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir die dritte finden könnten. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das habe ich schon gesagt. Vielleicht. Worüber lacht er denn? Ist die kleine Lilly eure Schwester? Okay. Ihr seht ein Eik aus. Ja, das habe ich schon gesagt. Das ist unmöglich mit Kindern umzugehen. Sie sind einfach zu dumm. Du bist genau da. Mal sehen, ob wir ein paar Polizisten finden können. Wir bekommen hier nichts nichts. Kinder sind doof. Du bist dumm. Okay. 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 Na ja, ich muss jetzt leider los. Macht's gut, Jungs. Du kannst die Bank jederzeit wieder aussuchen. Wenn du Zeit tot schlagen möchtest. Allerdings nur, wenn Lieutenant Kizuragi nicht dabei ist. Aha. Wann passiert denn das, dass der nicht dabei ist? Find ich gar nicht gut. Ich möchte, dass der immer dabei ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Na komm, schau dir die Paletten an. Eine leere Flasche. Äh, Flasche? Wo, was? Okay. Cool. Und was mache ich als nächstes? Oh, ich denke, das ist so viel mehr als cool. Bitte, geh mit ihm reden. Schau, was es geht. Ich bin davon getrennt. Hallo, McFly. Blau scheint in dem Spiel eine wichtige Farbe zu sein. Na gut, dann reden wir mal mit dem Mann mit der blauen Flasche. Aber wir werden kein Alkohol trinken. Ähm. Freut mich auch, mein Freund. So, was du willst? Ich habe Smokes. Sie sind günstig. Sehr günstig. Ich habe Pilsner. Great deal. Du wirst nicht ein besseres Deal auf dieser Piss. Spirits, ich kann für 300 Reale gehen. Ich habe auch Speed. Und bei Speed, ich meine Amphetamine. See? Da ist es, Bratuchka. Der Spirits. Das ist bei der Spirits. 300 Reale ist viel. Aber das muss sein. Es ist unser Endgame. Das ist nur wieder so eine blöde Schnapsidee, die ich auf meine Krawatte projiziere. Gratain, du wirst nicht verstehen. Es ist nicht nur noch eine Blöde. Das ist das, was unsere Beziehung entwickelt hat. All diese Jahre. Das ist der Climax. Der Mystery. Der Virginal Psi. Du musst ihn kaufen. Geh ihn aus ihm. Geh ihn, wenn du ihn brauchst. Der Urteil der Urteil depends auf ihn. Und der Urteil der vielen Welt. Geh ihn aus. Danke für die volle Ladung Fallout Lorecore. Meinst du das alle Kreaturen Video? Ja, das sind immer diese, diese super stundenlangen Sammelvideos, auf die ich im Grunde immer über Wochen und Monate hinarbeite. Da freue ich mich auch immer, wenn die online gehen. Noch mehr, wenn die dann auch geguckt werden. Ich habe vor kurzem erst selber mein drei Stunden langes Resident Evil Video im Hintergrund laufen lassen. Weil wenn ich die selber jahrelang dann nicht mehr gesehen habe, sind da für mich selber wieder viele neue Informationen in den Videos. Deswegen gucke ich die selber ab und zu ganz gern. Der Lieutenant schaut dich an. Sie schaut auf die Bottle Spirits. Dann auf Rosemary. Suspiciously. Warum kostet die Spirituosenflasche 300 Real? Siehst du, Freund? Es ist wirklich wertvoll. Es ist wertvoll. Es ist wertvoll. Es ist wertvoll. Wenn du meine Drehung hattest, hast du es aus einem kleinen Business-Ventur bekommen. Aber das ist verrückt. Niemand kann 300 Real für Spirituosen ausgeben. Was? Was? Was du gerade gesagt hast? Was war verrückt? Dieser Mann. Dieser Mann. Eine Konversation könnte einen Discount bringen, oder? Wo hast du die Spirituosenflasche bekommen? Oh. Das sind medicinale Spirits. Das gute Sachen. Ich habe sie aus dem Doktor. Er hat dich nicht schützt. Die medicinale Spirits sind ein Blas, Bratan. Die flammende Wahrheit dieser Schöne der Welt. Ich habe eine von diesen scientifischen Ampals, ein paar Monate vorhin. Torpedo, sie nennen sie es. Es soll einen Mann aus einem Drink nehmen. Es soll mich nicht aufhören, das ist sicher. 5 Lehmons mit 1 0 Pack Butter und du bist gut zu gehen. Es war. In einer Woche hat die Verdammte Schöne mich angefangen, zu geben, alle Art von Hilfe. Endlich kam die Frau mich zum privaten Doktor. Nicht eine Charite. Das echte Sache. Es sind Schöner. Es sind Schöner, die mir 4 Real, um die Verdammte Sache zu entfernen. Aber ich kam von vorne nach hinten, nachher. Was für ein Arschloch. Machst nicht gerade Werbung für das Zeug. Ich glaube, die wird sich als nützlich erweisen. Ja. Ich meine, 3 statt 300, vielleicht nehme ich die mal. Aber ich werde sie nicht trinken. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Jetzt, was du machen, nicht trinken. Das kostet so viel mehr, als nur eine Regulierung. Was für ein Arschloch? Das ist so einfach in der Geld. Da die es nicht auf der Hand ist. Auf der Bumt geht's. Naja, ich geh dann mal. Ich geh dann mal zurück. Hey, Tequila! Schön, dich zu sehen. Wie ist das Geschäft? Wie ist die ganze Realitätsituation, dich zu behandeln? Also, was ist passiert? Ähm, Tequila? Ja, Tequila Sunset. Wie sind die, ähm, hohe Konzept, realitätsbasierte Wunschungen? Die Realität, die macht mich aggressiv traurig. Ich weiß, was du bedeutet. Sitten mit diesen Bums, wirst du wirklich wissen das nitty gritty der Realität. Und es ist nicht gut. Dinge gehen nicht super gut für Idiot-Doom-Spiral. Ich habe noch nicht die Schlüsse gefunden. Ich habe noch diesen großen Schlüsse bekommen. Keine Worte für meine Geschäftsfamilie. Was macht ihr hier? Ja. 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 So, jetzt ist es für mich ein Pirates-Life. Was ist ein Tequila Sunset? Das sagst du ständig. Es ist dir. Dein Tequila Sunset. Woher weißt du das? Wir haben uns vorher kennengelernt. Kennst du nicht? Ähm, nein. Aha. Willst du wissen, wie Tequila Sunset kam zu sein? Tequila? Tequila Sunset? Oder etwas ominöses da? Kann ich gar nicht herausfinden, was es bedeutet. Du denkst, du fühlst jetzt schlecht. Warte, bis du die Geschichte hörst. Nein, nein. Du brauchst die Wissen. Sag schon. Hm-hm. Lass mich einen Sip nehmen, um meine Körner aufzunehmen. Tequila Sunset war letzte Woche in Martinet. Und bei Tequila Sunset meine ich dich. Der Mann, der Myth. Hey. Nicht allein. Hey. Let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. You got here on Friday to solve a case. Hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get pissed drunk. Word on the street is, you went around the local hostel telling people that you're a police officer. And it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept if you ask me. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Bitte erzähl weiter. It was a late Saturday night when we, the union of Marabond alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this, we get our drink on 24-7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Oh yes you do, Bratushka! The only thing better than that is pushing the pedal to the metal after you kiss the tie. And off we go! One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza. Followed by a series of dings and bangs. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard? Naturally loud noises peak the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Of course. Anyway, there was a brief silence. A gasp of silence if you will. Followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. But huh? Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our bruskies and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. What we saw was a sight to behold. A beat up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come! So naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come? To which you replied, The time hath come for Tequila sunset. The end of all things. Alles was ich gesagt habe, stimmt. Tequila can... Te... Sunset... wird die Webstühle der Realität zerstören. Ja. Looms. Why not? Then you jammed the pedal and plowed right off the jetty and through the ice. We ran towards the ice whilst you crawled your way out, miraculously unhurt. Covered in seaweed and shit. Like some kind of sea monster. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was... Recognizing a brother in need. We offered our condolences and invited you to party with us. Which you naturally agreed to. We asked about the whole Tequila sunset thing and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Moment, ist Tequila sunset ein Ereignis oder ein Name? I'm... Not sure. I think you were the event. Tequila sunset. You know, as opposed to a Tequila sunrise, which is long gone. Tequila sunset... Klingt ziemlich gut. Yeah. I agree. Wie lange haben wir Party gemacht? Hours. Hours. It was an all night drink-a-thon. Then at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while you crossed the event horizon, looked sullen, got up and left without saying anything. Wow. That's quite a story. Yeah. I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. If you only knew. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard and that we've all been fucked too. Please. Don't open that door. No one's fucked me. I do the fucking around here. Abagard. Abagard. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say, you're still working through some shit. Hab ich erwähnt, dass ich noch was anderes verloren habe? Hab ich was über meine Kollegen gesagt? Hab ich was über den Pfeil gesagt? Ja. Du sagst, es war kein Problem. Und dass du es in keinem Zeitraum löst. Und dass du niemanden brauchst, um es zu tun. Du machst es jetzt solo. A lot of Cubs gehen solo. Und Hermit wollen, wenn sie zu diesem Level Alkoholismus erreichen. Es ist nicht menschlich. Er ist sorry für den Hermit-Cup. Haben wir über Politik geredet? Könntest du abschätzen, was für ein Bulle ich war? Ich habe genug gehört. Es scheint, dass du vor allem durch die Fähigkeit als Geschichtenerzähler charakterisiert bist. Wie wäre es, wenn du mir bei Gelegenheit nochmal eine Geschichte erzählen würdest? Whoop-dee-doo. So, jetzt bin ich ein fucking Storyteller. Right. Warum nicht? Better than a beach bum. Willst du mir erzählen, wie du Mr. Abwärtsspirale geworden bist? Es ist wirklich egal. Wollen Sie mich helfen? Was brauchst du denn? Booze! Habt ihr bereits unsere Party vergessen? Das Ding, was ich euch vorhin verhielt habe. Also, hast du nichts für eine gute alte Idiot-Dum-Spirale bekommen? Eine Bottle für eine Geschichte. Sieht mir fair. Ich habe hier eine blaue Heilspiritose. Wie wäre es damit? Nein, nein, nein. Im Gegensatz zu popularer Glauben. Ich freue mich, alive zu sein. Wie wäre es dann mit einem Potent Pilzer? Nicht viel. Aber es wird das tun. Hey, Spiralboy. Willst du das erzählen? Don't call Abigail! Shut up, guys. Ich erzähle eine Geschichte hier. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. I was once a reasonably high net worth individual. A founder slash junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Abstract value generation. Value per person. High concept stuff. I developed the paradigm. Worked within the paradigm. But the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. Hat das Joggen geholfen? It did. With my trusty Sansaric tracksuit I felt like I could conquer the world. But now dreams are worn thin. Much like my tracksuit. Let's just pass it. One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. His eyes are clouded. His dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet. Very quickly. The Naskinel. The Naskinel. Wet, okay? It was raining really hard. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Ouch. Ouch indeed. Reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. I wish I were, Tequila. I wish I were. Instead of my apartment key, I'd taken the key to the office. Okay, und was ist dann passiert? I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of admin, you see. One moment someone chats you up, five minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap on. I don't begrudge them, especially since I was known to be... one of the best. Heavy is the head that wears the crown. Just then I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. and the company... Well, you see where I'm going with this. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? That was all? I feel like a few steps are missing. Tequila, I've thought about this series of events for a long time. If there was anything else to it, I would have thought of it by now. Why didn't you go to the authorities? Well, at one point they came to me, but you know, I didn't have any idea on me. So they tossed me in jail for two days. I can't say it increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen. No offense. No offense. Me neither, Tequila. When I lost my keys, I lost more than access to my apartment. I also lost my leverage over humanity. I wasn't a high-concept creative director anymore. I was just some homeless asshole with a premium Sansarique Lycra tracksuit. You can't imagine what that does to a man's confidence. Anyway, that was all the story one bottle gets you. Almost empty this one. Man sieht sich. You too, Tequila Sunset. So, Leute. Und damit würde ich sagen, mit dieser Guten-Nacht-Geschichte machen wir für heute Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr am Start wart. Und vielen Dank an alle, die auf YouTube jetzt auch zugeguckt haben. Macht's gut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.